Sie gingen dann zurück in Ihren Beruf als Werkzeugmacher und das war auch vielleicht so etwas wie eine Nische oder eine Besonderheit, weil das so ein kleiner Privatbetrieb war. Haben Sie sich das bewusst gesucht? Ja und nein. Die erste bewusste Entscheidung, die damit zusammenhängt, war, dass ich raus wollte aus dem Betrieb, wo ich erlernt habe. Das war ein volkseigener Betrieb, ein VEB, und wir hatten einen sehr unangenehmen Lehrmeister. Und die Situation in dem Betrieb war so, dass wir, also ich rede jetzt von einer Mehrzahl, weil wir waren zu viert als Lehrlingsgruppe und ich habe zu zweit dann den Job gewechselt, beziehungsweise die Firma gewechselt, mit einem anderen Kollegen. Und die Situation war so, wir wussten, dass nach der Lehre der Meister trotzdem für uns zuständig bleibt. Das hat sich nur formal verändert. Ab dem Zeitpunkt des Gesellentums durften wir ihn duzen, aber er blieb für uns eine Hassperson. Und es war absehbar, da wird man nicht glücklich. Und wir hatten dann also, nachdem wir unsere Lehre abgeschlossen hatten, Annoncen geschaltet. Zwei junge Werkzeugmacher suchen einen neuen Wirkungskreis. So war seinerzeit die Formulierung, wenn sich welche verändern wollten. Und hatten dann nicht damit gerechnet, dass wir jetzt in irgendeiner privaten Firma landen würden, sondern eher auch an andere, schlimmstenfalls sogar Großbetriebe gedacht. Was dann hätte, wieder neue Herausforderungen gegeben. Der Kollege, mit dem ich das gemacht habe, der war auch katholisch und jetzt nicht so daran interessiert, in irgendwelche Staatsbetriebe zu kommen. Die Frage, wie wir dann hätten in einem Großbetrieb mit Schichteinsatz oder und entsprechender ideologischer Beeinflussungen reagiert, hätten das schwer abzusehen. Wir hatten aber Glück. In dem Zeitfenster, wo diese Annonce lief, hat unser zukünftiger Chef damals dann für sich beschlossen, er würde jetzt gerne aus seinem vorherigen Einbahnbetrieb eine größere Sache machen und hat uns dann praktisch angeschrieben. Und wir sind hingekommen. Der war zehn Jahre älter als wir. Insofern waren wir für ihn relativ junge Dachse, frisch ausgelernt. Da konnte er uns schon noch klar machen, dass er der Chef ist und sagt, wie es läuft. Aber das hat von vornherein gefunkt zwischen uns und hat funktioniert. Der hat dann mit uns was gemacht, was seinerzeit eigentlich nicht üblich war, was man eher aus dem Westen nur kannte, nämlich unter der Hand verabredet, dass wir erstmal nur auf Probe eingestellt werden, weil er, hat er deutlich gesagt, auch Sorge hätte, dass wenn wir jetzt also nicht so einschlagen, dass er mit uns klar käme, er uns dann nicht los würde. Ja, haben wir gesagt, okay. Und es hat dann auch geklappt und wir sind dann, naja, wenige Monate nach Auslernen bei ihm gelandet und haben dann bis Mauerfall in der Firma gearbeitet. Und das hatte den Vorteil, dass es eben kein staatlicher Betrieb war, sondern als privatwirtschaftliche Firma lief. Davon gab es nicht allzu viele. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil lag eindeutig darin, eben keine ideologische Beeinflussung, kein Reinreden von außen, keine FDJ, keine GST, keine DSF, keine Partei, gar nichts. Und mein Chef musste ab und zu irgendwo bei einer Stelle beim Rat des Stadtbezirks ein bisschen was erzählen oder so und dann eben auch immer irgendwas abrechnen, was mit Gewerkschaft auch zu tun hatte, obwohl wir gar nicht drin waren in der Gewerkschaft. Aber mit all dem Kram sind wir nicht mehr behelligt worden. Und unser Chef war selber auch jetzt, ja, unpolitisch will ich nicht sagen, aber ein bisschen so gegen den Strich gebürstet. Und wir haben uns zu dritt gut verstanden. Später wurden es dann nochmal vier, fünf, sechs Personen in der Firma. Aber das war eine gute Erfahrung eben jenseits des sozialistischen Volkswirtschaftsbetriebes, da eben auch arbeiten zu können auf eine Art, will nicht sagen selbstbestimmte Art. Dafür war er doch der Chef, der entschieden hat, welche Aufgaben da reinkommen. Aber er hat auch schon versucht, eben interessante Aufgaben zu finden und jetzt nicht irgendwie einen großen Auftrag, der vielleicht gut bezahlt wird, wo wir aber dann tagelang nur dasselbe machen müssen, anzuschaffen.